Guten Morgen und einen wunderschönen Start in den Sonntag. Keine Ahnung, was ich gerade gelabert habe. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Sonntag, der 5. November 2023, 11.44 Uhr hier auf Bewohner. Heute gibt es eigentlich keine ernennenswerten Neuigkeiten, deshalb nur noch die Jahreszeit. Heute habe ich die Pilze bemerkt, die überall auf der Insel wachsen. Mhh, Pilzpfannkuchen. Aber Pilze sind nicht nur lecker, man kann auch mit ihnen wachsen. Glücklicherweise können alle Pinsel auf dieser Insel bedenkenlos verzerrt werden. Aber es kann schwierig sein, Pilze voneinander zu unterscheiden. Fragt in Zweifel fast wieder einen Experten, bevor ihr einen Pilz esst, den ihr nicht erkennt. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch noch allen einen wunderschönen Tag. Yay. So, okay. Ja genau, wir wollen jetzt allerdings nur kurz Rüben kaufen, weil ich habe tatsächlich noch Besuchter, der unten sitzt und Früchte geholt hat. Dankeschön. Aber ich habe gesagt, ich muss noch kurz Rüben kaufen. Deswegen gehen wir jetzt kurz Rüben kaufen. Ja, es gibt so durchsüchtige Menschen. So, ähm, wow, da ist schon einiges los. Wir brauchen Platz in der Tasche. So, ähm, wegpacken. Guten Morgen, Halt CWS! So, da wird schon Popcorn gemampft. So, ich brauche Geld. Ne, nicht einzahlen, auszahlen. Leute, ich weiß immer noch nicht, wie ich Siatos hingekriegt habe, 35 Millionen zu haben. So, das ist meistens ja ungefähr um die 300.000. Ähm, so, die Rübenfrau. Die haben wir gerade eben in der Porsche auch gesehen, die Jana. Die war hier irgendwo. Nein, eigentlich muss ich es wieder hinlegen. So, gucken wir doch mal schnell, wo wir die haben. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Hat mein Vogel mich gerade nachgemacht? Schon wieder? Hat mein Vogel gerade mein Niesen nachgemacht? What the fuck? Das habe ich gehört. Ja, guck mal, und ihr läuft den Rotz-Nase, so wie ich gerade den Nossen habe hier. So, hier, Unkrautpflanzen, so. Gucken wir mal, was die Rüben heute kosten. Na, magst du schöne Fische Rüben kaufen? Ich spiele gleich, ich habe gerechnet. 90, Leute, da greifen wir aber zu, oder? Ich kaufe welche. So, ich möchte die maximale Anzahl an Rüben haben, bitte. So. Okay, 2700 Rüben holen wir. Ich wollte gerade schon mal Aktien sagen, aber es sind ja Rüben, ne? So, Rüben, Rüben, werdet groß, reicht und fällt ihr in den Schoß. Puffe! Ähm. So. Ähm. Schmeiß ich einfach mal meinen Geldsack hier hin, ne? Und kauf noch mehr Rüben. Nein, warte mal, wir machen das andersrum. Ich mach das maximale Geld in meine Geldbeutel. Und dann lass ich den Rest hier liegen. Also, wer 34.000 Euro haben will, äh, Euro, Sternis, haben will, der kann sich gerne auf meiner Esel hier abholen. Nein, was war das? Okay. So, wir holen jetzt noch den restlichen maximalen Anrüben. So. Nochmal 100 Stück. So. Okay, damit haben wir jetzt Rüben gekauft. Perfekt. So. Gut. Das war's eigentlich tatsächlich heute schon von Animal Crossing. Also wir spielen später vielleicht nochmal eine Runde. Aber ich wollte jetzt eigentlich nur mehr Rüben holen. Und jetzt geht's nämlich zum Frühstück. Wo schon zwei Freunde von mir warten. So. Und ihr kriegt so lange einfach dann die Vogelkämmen. Wie passt das? So. Dann vielen lieben Dank fürs Rübenreinsehen. und wir sehen uns später. Bis zum nächsten Mal.